einen wunderschönen guten morgen willkommen zurück auf meinem kanal das ist der zweite part vom vlog als auch vom skovenienflag falls ihr den ersten part noch nicht gesehen das war mega 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 krank wir haben trampolin auf zehn meter aufgegangen und eine und eine zugbrücke checkt es wieder auf jeden fall ab ist genau hier verlinkt wir sind noch immer bei unserem gastgeber also vom domen i guess also die tanken der wild sind schon weggefahren wieder zum spot und osse und johannes der neue tag beginnt mit verletzungen haben gerade eine blücke ausgecheckt aber sie ist nicht ist sie schwingbar? nein tief genug ist sie nicht leider ähm ich muss jetzt noch mein zelt zusammenpacken und dann fahren wir zurück zum spot und vielleicht senden wir heute noch was vielleicht senden wir Johannes heute mal was am tramp oben am tramp oben am tramp oben somäck ähm wir sehen uns dort wir sehen uns dort wir sehen uns nur haut rein der wie der Turm oder hau nochmal dagegen nein nochmal nochmal auch wir sind fast bei der Brücke angekommen ja und mal schauen keine ahnung es ist ziemlich kalt heute ziemlich blüde und ziemlich kaputt keine ahnung aber einsprung werden wir auf jeden fall machen ein Brett geht schon ein guten morgen Brett es ist arschkalt heute alles tut weh und wir müssten ziemlich früh fahren also so um eins zwei weil wir noch Johannes zum Bahnhof bringen müssen weil da noch ans andere Ende der Welt fährt wir schauen wir sind da das ist eine gute Entschädigung für alles ok gut wir sehen uns dort so wir sind jetzt am trampolinen angekommen und zwar hängen wir jetzt zehn Meter über dem Wasser da unten ist der viertel Stein da haben wir jetzt eine Luftmatratze drüber gelegt die Jungs machen gerade ein paar Übungen für einen nice Drohnenshot gut ich lege mit den Let's pray for Let's pray for Let's pray for I'm so cold, this was so lost Deeply, I can't stop I'm forever what you call Let's pray for Don't stop, keep going Don't stop, keep going No limits, no limits We're taking it all We're taking it all No limits, no limits We're taking it all We're taking it all Es ist toll, dich zu treffen! Es ist ein Freude zu treffen! Es ist wirklich toll! Ihr seid verrückt! So, das ist jetzt eigentlich das Ende vom Vlog. Wir haben eine ziemlich coole Session gehabt. Und wir haben uns jetzt von den Lee Scott verabschiedet und wir haben uns jetzt zu dritt einen Sprung gönnen. Ja, Mann! Es ist krank! Es war wirklich, wirklich krank! Nur Wipes! Die Leute sind geil! Drunken Devils! Drunken Devils! Drunken Devils! Drinking Devils! Okay. Somit werde ich hier und jetzt diesen Vlog wenden. Es wird ein letzter schöner Abschlussprung werden. Es war wirklich cool in Slowenien. Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr solche Projekte machen. Auch danke dem Johannes, dass er mitgekommen ist. Extra von Co-Stein, was noch mal fünf Stunden weiter weg ist. Und ja, es war wirklich krank! Und genießt einfach diesen letzten Abschlussprung! Nochmal danke fürs Zuschauen! Abonniert, falls ihr noch nicht habt! Like dieses Video! Und ja... Ja, wir sehen uns nächste Mal, Leute! Ja! So... Fuck this shit! Ja! und wärmiere! Wir haben sie, wir gehen! Sch 3 ираhend ist, wär, sie wird in eine Flach Education Vielen Dank.